Was geht am YouTube-Portrag? Ich gehe immer wieder an Luciano. Er droppt immer wieder und wieder, jeden Tag, jeden Tag ein neues Video. Lass mal reinschauen, wenn ich von mir gefällt meine Reaktion bei Musikreaktionen. Lass ein Like, dann abonniere, wir sind zu den 2K auf YouTube. Und tagt mein Grader, gut liebst du mit Terris VX in Itemshop und bis zum nächsten Video. Das war ein Brutaler Song, glaube ich. Ja, G-Klassen, sowas in der Art. Drill schon wieder jetzt, Kassen. Ja, jo. Digger, krass. Ich muss ein Chicken. Na, im Himmel. Oah, ein Heizkant. Oah, das ist ein Controller. Guck, sie machen euch Fotos, geliebter Loco, I do my dang. Trotzdem ist Una Butoh, ein bisschen Tyscho, I do my dang. Brick invest, mess, Butoh, mir geht's bestens. Yeah. Das war's? Ah, nee. Aha, jetzt kommt auch der Switch, glaub ich, oder? Beatswitch. Ah. Ah, I do my dang. Das ist cool, ey. Yeah. It's Luciano, baby. It's Luciano, baby. Boah. Digger. Bein' like a soda, bro. Ey, lass uns zu gehen. Also, Luciano überrascht uns immer mit den Songs. Also, ich finde es voll krass, was ein Mann so er... Digger. Zanggönebba. Schakasson.